Hallo miteinander und willkommen zu einer neuen Folge Alarm für Cobra 11 Burning Wheels. Ja, das ist jetzt erstmal die erste Folge mit dem neuen Mikrofon. Die bisherige waren ja alle noch mit dem alten Mikrofon, aber in anderen Videos habe ich schon das neue da gehabt und somit hat jetzt das neue Mikrofon auch Cobra 11 Videoserie, wenn man so will, erreicht. Und wir fahren heute natürlich wieder daheinander durch die Gegend und gucken, was uns erwartet. Und zwar weiß ich schon, was uns erwartet. Diesmal starten wir direkt den Fall über die Fälle, weil ich nämlich einen kleinen Fehler gemacht habe. Und zwar habe ich den schon angefangen und bin schon zu dem Startpunkt gefahren. Äh, nicht der. Was ist mit dem? Egal, ich meine eigentlich den da, ne? Ah, wir können den Neustarter. Gut, perfekt. Und zwar wieder auf Schwer mit dem Semir, so ganz normal, wie so eine übliche Cobra 11 Folge auch, startet. Okay, wir sind unterwegs, aber was sollen wir machen? Wir sind doch keine Experten für die Entschärfung. Ich weiß, aber unser Experte kann die Bomben nicht entschärfen. Sie müssen mit einer bestimmten Geschwindigkeit von den Rohren gerissen werden, damit der Bewegungsseite nicht zündet, weil er recht träge ist. Ich ahne, was jetzt kommt. Niemals. Warte, hörst mal ab. Die Sprengsätze sind sehr klein und können nur auf den Rohren echten Schaden anrichten. Geht aber einer hoch, gibt es eine Kettenreaktion und die halbe Stadt explodiert. Ihr wisst ja, was jetzt kommt. Wir haben euch an jedem Sprengsatz ein paar Behelfsrampen platziert. Und ihr müsst die Sprengsätze mit der passenden Geschwindigkeit treffen, damit sie nicht auf den Rohren explodieren, sondern erst auf den Boden. Ja, dann los. Nicht zu lange überlegen. Ja, gut. Das ist natürlich wieder eine Story auf höchstem Niveau. Ich glaube, man hat gerade meine Tastatur zu mir laut gehört. Entschuldigt. So, wir fahren los und haben vier Minuten plus Zeit. Das heißt, wir sollen uns ein bisschen beeilen. Und hinter uns einen ersten Punkt. 240 will ich jetzt hier, dass wir fahren, also gut. Ja, das war ja schon fast gut. Probieren wir es nochmal. Vielleicht klappt es dann besser. Ich mache mir auch fast keine Sorgen. Genau. Ja, okay. Es hat klappt. Das Zeitlimit ist vielleicht nachher ein Problem gegen Ende. Ich hoffe, dass wir jetzt recht gut durchkommen da. Oh, wir müssen links ab. Und da vorne seht ihr schon wieder Rampe. Das sieht gut aus, ja. 100 kmh, da können wir sogar noch bremsen. Davon ist noch eine. Und gleich die nächste, gut erkannt, sehen wir. Super. Zack. Okay. Ja, wir müssen halt, wie ihr wahrscheinlich alle gerade zugehört hin, Bomben entfernen von den Rohren, von den Pipelines da oben. Hallo. Ich hätte gerne 110 fahren, da brauche ich aber ein bisschen mehr Alllauf. So. Psst. Weg mit ihr. So, der Le... Perfekt. Das wäre um ein Haar schief gegangen. Wir haben unsere Stoßstange vorne verloren. Aber ich glaube, die ist gar nicht so wichtig, wie sie aussieht. So, und Alllauf nehmen wir. Und... Ups. Ja. Bin aber auch gespannt, wie viele noch. Ziemlich genau fünf. Laut unserem Dings da unten. Hoppla. Tja, da, die nächste. Und... Ach, wir müssen schon viel schnell. Okay. Links. Da ist noch mehr ein. Oh, 110. Kriegen wir auch noch. Ha. So, wenn man Nitro hat, geht es. Ich glaube, es wird erst schwierig, wenn das Nitro ausgeht. Und ich glaube, auf die Rampen sind wir falsch rumgefahren. Aber das ist völlig egal. Hauptsache, wir haben uns berührt. Oh Mann, die wird schwierig. Hauptsache, wir kommen nicht mehr weg. Danke. So. Müssen wir da bloß wieder irgendwie rauskommen. Zum Beispiel über die Rampen. Und über die da drüber. Hoppla. Und jetzt da vorne. Ah ja. Ach nee, die haben wir schon gehört. So, da oben ist wieder was. Ich glaube, da müssen wir da erstmal einmal umdrehen. Zack. Das ist die Nitro immer auch wieder auch gespart. Und dann. Geschafft haben wir es. Ach, man hätte da ganz anders fahren sollen. Aber das ist ja völlig egal. Völlig egal. So. Einmal da entlang. So, der ist ein bisschen kaputt. 52% genauer gesagt. Das heißt, unser Handling lässt schon ziemlich nach. Bei 50% ist ja so. Grenze so zu sagen. Ab da kann man auch kein Nitro mehr durchgehend gäbe. Und es verhält sich alles ein bisschen anders. Aber. Ich denke mal, wir kriegen es trotzdem nur noch. Ja, wir müssen nur da drüben reinfahren. Ah, perfekt. Da haben wir es doch geschafft. Wir dürfen vielleicht wieder umsteigen. Das dynamische Duo rettet mal wieder die Welt. Kapelle. Musik. Da da. Da da. Da da. Da da. Okay. Standart freigespielt. Feuerwehr und Rettungswaage. Auto. Gut. Ich denke zeitlich. Legen wir noch einen drauf. Fahren wir auf der Autobauer weiter. Hinter Eingang. Oh, mit einer Sportwaage. Oh, mit genau. Eingang. Seemir Sport. Dann wird es wohl ein neuer Liga-Fall sei. Wer die alte Teilen kennt, die Liga ist da eine Vereinigung, die fahren da illegale Rennliga sozusagen. Und ja, bei denen haben wir uns Undercover eingeschmuggelt. Und sind bisher noch nicht aufgefallen. Nicht wirklich jedenfalls. Und das Seemir fährt da als Serkan Gemir mit. Ja, und warum ich gerade wieder auf die Karte geguckt habe, ist einfach der Grund, dass manchmal die Mission nicht irgendwo verteilt ist und man nachfahren muss. Oder, wie jetzt in dem Fall, kriegt man es per Telefon. Und wir müssen zum Autokino fahren. Das ist gar kein Problem. Da kann ich mich aus der Hande. Dann fahren wir einmal da um, dann fahren wir da durch und da vorne dann rechts und dann sind wir schon dort. Also dort vorne. Vorne, 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 rechts und dann über Brücke und dann sind wir schon dort. Ja. Genau so. Da einmal noch geschneit telefonieren. Ja, hallo Mutter, alles okay? Gut, tschüss. Und in die Richtung weiter. Und da vorne blinkt auch schon der Pfeil. Ja. Hoppla. Nichts passiert. Gut. Oh, du Kino. So, jetzt mal gucken, was da von den Film kommt. Boah, ist das spannend. Hui. Da bin ich. Was gibt's denn so Wichtiges? Pass auf. Du kennst Tony noch nicht. Er fährt den grünen Gianluca, was schon für sich spricht. In einem fairen Rennen hätten wir nie eine Chance gegen seinen Wagen. Wenn wir Kohle machen wollen, müssen wir zu härteren Bandagen greifen. Was genau soll das heißen? Ganz einfach. Mach ihn ausfindig und fahr seine Karre zu Schrott. Damit wäre er raus aus der Liga und für uns wäre der Weg frei. Verstehe. Dieser Typ ist nicht gerade ein Freund von dir, oder? Na ja, er hat mir und einigen anderen Jungs die Mädels ausgespannt. Außerdem ist er ziemlich schmierig. Solche Typen wollen wir eigentlich nicht unter uns haben. Du würdest dir also ein paar Freunde machen. Tja, sowas. Schön. Hoppla. Boah, das war ja fast ohne den Kratzer. Ich meine nicht mal ein Zeitlimit. Allerdings fahrt der Typ da ein bisschen weg. Ich glaube, der ist unterwegs. Hui, das war knapp. Ja. Ähm, ja. Müssen wir uns erstmal einholen. Und dann fahren wir zu Schrott. Und als allererstes gucken wir mal genau. Aha. Da vorne ist er also. Kein Problem für Cobra 11. Wir fahren sogar in den Ausröhung um den Kreisverkehr. Ja, so. Und einmal rechts ab. Und natürlich stehen wir mit dem Gesicht in die Falschrichtung. Aber kein Problem. So. Da vorne links. Links, links, links. Da irgendwo. Na, das war schon zweit. Wo fahrt denn der rum? Jetzt fahrt er so noch. Kann der sich bitte entscheiden. Danke. Da ist er ja. Jetzt fahrt er wieder in die Richtung. Ja, ja. Ist klar. So. Grüner Cianlu-Kart. Das sieht doch schon mal richtig aus. Dann. Fahrt wir nochmal. Und dann rammelt er ein bisschen. Ups, da hat er schon. Ein bisschen schade. Da wird sich wahrscheinlich wundern, warum wir da jetzt kommen. Der kennt uns ja nicht mal, aber. Ich glaube, ich wäre auch ein bisschen überrascht, wenn ich da irgendwo durch Gegend fahre. Schön, durch Stadtgurt. Und plötzlich kommt das so. Quietsch, arrange ich das Auto und rammt mein Auto zu Schrott. Ich glaube, das kann ich nicht brauchen. Aber. Wie gesagt, wir müssen das Opfer leider bringen. Eleganter wäre es vielleicht gewesen, wenn man es da einfach klaut hätte. Dann hätte mir es gett. Aber. Aber. Das war nicht unsere Mission. So. Und was machst du jetzt? Jetzt hast du 50% Schade. Da flieht er weiter. Flieht er. Da flieht er. Nicht flieht er. Der wird nicht die Pflanze. Falls mich da jetzt jemand falsch verstanden hat. Was dir auch mal vorkommen kann, gell? Hoppla. Da bist du irgendwo hängen geblieben, gell? Kamera. So. 90%. Und jetzt dauert es nicht mehr lang. Zack. 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 98. Da fahrt er sich selber kaputt. Okay. Okay. Unser Auto hat wohl auch ein bisschen was abgeriegt. Ja. Vornehm. Das sieht schon. Der eine oder andere kratzt. Eine kaputte Stoßstange. Und gleich noch mehr. Ah. Doch. Na gut. Aber. Wie gesagt. Wir müssen da nicht Opfer bringen. Dass man da in der Liga bleibt. Und. Wir düsen einfach wieder. Heimwärts zum. Revier. Und hoffen wieder. Blablabla. Blablabla. Und hoffen, dass der Kollege der Drobe zufrieden ist. Mit unserer Arbeit. Den, wo wir am Autokino drauf sind. So. Ist gar nicht mehr weit. Ein Kilometer noch. Und dann haben wir doch wieder zwei Missionen geschafft. Ich bin mal gespannt. Wie das gleiche Menü ist. Wie viel Prozent wir insgesamt von der Story schon erledigt haben mittlerweile. Sollte fast 90 sein. Was natürlich heißt. Dass ziemlich bald. Das Spiel endlich mal durchgespielt ist. Was sich ja doch jetzt so ein bisschen gezogen hat. Weil ich öfters mal nichts aufgenommen habe. Obwohl. Jetzt sind wir schon vorbeigefahren. Und. Was dann mit sich zieht. Dass dann. Sobald das Spiel fertig ist. Der nächste Teil kommt. So. Jetzt gucken wir mal. Was haben die uns zum sagen. Ah ja. Wir haben jetzt schon ein Luca freigespielt. Mit dem fahren wir in der nächsten Folge. Das hätte ich sagen. Ist ein schöner Sportwagen. Und hängt genau 90 Prozent. Das ist doch. Ein schöner Moment. Auf zum Hören. Und. In der nächsten Folge weiterzumachen. Macht's gut. Ich hoffe ihr habt Spaß gehabt beim Zuschauen. Und. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal.